Ich probiere mal gerade was aus. Ja, probier mal. Aha, und die ist genauso weit vorne, aber eins höher. Ja, praktisch dasselbe, bloß eins höher, okay, okay, okay. Okay, schnell nach oben, bevor ich es wieder vergesse. Man guckt es sich an und zwei Minuten später hat man vergessen, was man gesehen hat. Das stimmt. Ähm, Verlauf. So, genau so, okay. Nee, da wollte ich nicht hin. Meine Videos, das ist ja auch alles so Wunderbärchen. Uh, ähm. Nice. Hm, wie komme ich denn auf meinen Stream vom Handy aus? Mehr Erde. Hm, jetzt ist das... Hallo? 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 Hallo, hallo, hallo. Es regnet. Ja. Ganz toll. Wo seid ihr? Ich bin... Soll ich jetzt mal hier sagen? Ja, nee. Aber ihr seid... Ähm... Ähm... Ich bin im Dom und ähm... Hacke hier gerade diesen Bogen raus, der sowieso falsch ist und hier gar nicht hingehört. Und wollte eigentlich mit der Erde holen und die Bögen weiter und hab das Fenster vorne versetzt. Jetzt sieht das schon mal richtiger aus als vorher. Ja, und so ist es eben. Steffi steht hier so rum? Die probierte irgendwas aus mit der Technik. Oh, die ist gerade stumm. Ja, ich bin gerade strumm. Ich versuche von meinem Handy aus auf den Livestream zu kommen. Weil der Laptop von meiner Mama, der alte Laptop, der ist total heiß. Hm. Nee, 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 nee. Ich weiß aber nicht, wie ich da hinkomme. Hm. Auf den Live-Chat? Mhm. Oh Gott. Da musst du... Warte, wie ging das noch? Warte, ich hör auf. Wenn du auf Live gehst... Und dann steht unten, wenn du also auf deinem Kanal auf Live-Chat, also wo live steht, ist ganz unten Live-Chat. Und wenn du das anklickst, kriegst du den Live-Chat. Ich bin mit meinem Handy on. Ja, ich auch. So, und ich bin jetzt zum Beispiel, ich hab jetzt ja Verlauf, meine Videos, Benachrichtigungen später ansehen. Ja, ich bin jetzt direkt auf, ähm, ihr Dingsbums gegangen, wo live steht. Das Video live. Ich hab aber nix mit live. Wenn du auf deinen Kanal gehst... Ja. Ich geh jetzt mal hier auf meine Favoriten, dann geh ich auf Jabu. Da hast du nicht vergessen, dass das bei mir anders aussieht, ne? Auf meinem Handy. Ja. Aber... Naja, aber die... Aber dieses Live-Ding muss ja trotzdem... Die YouTube-Einrichtung muss ja genauso aussehen, im Grunde. Also ich bin jetzt halt in der Allgemeinübersicht von allen Abonnenten und da hab ich halt Let's Play Minecraft Live, ein Zuschauer, so wahrscheinlich ich. Bei mir stehen null Zuschauer. Und dann kann ich unten, dann steht unten Live-Chimp. Übersicht. Huh. Ach nee, das wolltest du ja mal zahlen. Entschuldigung. 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 So, hudle. Huddle. 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 Jetzt brauche ich etwas Erde. dreck pp also du hast hier live stehen ja also wenn ich so was an kanal suche dann habe ich auch live stehen ja dann gehst du auf live und wenn ich aber nicht bei mir steht es halt unten vom screen steht live chat ich sehe zwar dass ich live bin ich kann es aber ich kann hier nirgendwo was an ich habe dich jetzt abgehackt gehört auch hm 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 Das ist halt echt ein bisschen unübersichtlich, also ich würde dir ja gerne irgendwie mal was schicken, aber das problem ist wenn ich jetzt meinen eigenen kanal suche, dann sagst du ja live ich sehe ich bin live on, so jetzt gehe ich auf meinen kanal weil ich will ja da rein ich will es ja dann sehen, du musst da wo das live ist, drück da, also ach so, du hast das bei dir anders, weil du als Richtig, 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 aber du musst ja trotzdem auf den live chat zugreifen, du können, ja und das ist mein problem, ich finde es halt leider nicht, ja wie gesagt bei mir ist es halt unter dem, unter dem ähm na live screen ganz unten bei mir vom vom screen, da steht live chat oh ne, ich muss, warte mal, ich muss den rechner mal ausmachen von mama naja, mach das so, das ist ja einfach zu heftig also ich sehe auf jeden fall live, das ist ja schon mal schön aber ich kann nicht auf den chat zugreifen ja, also, also ich habe halt das den Live-Screen. Dann kommt halt Let's Play Minecraft Live. Hier Zuschauer gerade 0, 5 Likes, keine Dislikes und dann kommen irgendwelche ausgewählten Videos, also Empfehlungen und ganz unten, ganz unten ist der Live-Chat bei mir. Da. Ah, Live-Chat. Na. Und da hat sich jetzt gerade nichts getan. Alles wieder gut? Ne, ich komme auf den Live-Chat nicht drauf. Ich sehe den jetzt. Also, ne? Bei mir steht Live-Chat, aber ich kann da nichts mit machen. Ja, weil wahrscheinlich die letzten gelöscht wurden. Ich habe jetzt auch nur noch die letzten drei. Ja, also ich kann als Atmo konnte eben als Ah, okay. Als ich das auf dem Lappi anhatte. Ah. Okay. So, ich habe keinen blau-gebrannten Ton mehr. Ne, ich auch nicht. Blau-gefärbten, ja, dann muss ich mal welchen machen. Haben wir noch, ähm, da? Ein bisschen Lapis haben wir, ja. Aber auch nicht mehr viel. 28. Ja, also. das ist es ist total verwirrend so um die kurve zu gehen Steffi, ich bin hinter dir Steffi Ach Mensch Dankeschön Södele So, hier kommt jetzt Blau Hier ist auch Blau Hier kommt in die Mitte Blau und hier rum Prismarine So Das heißt, hier ist auch wieder Blau Und auch wieder Blau So Wo habe ich hier einen falschen gesetzt? Nein So Hier käme dann wieder Prismarine Das und das Und hier wieder Blau Gerda, alles gut? Ja, ich bastele ziemlich intensiv Welche Richtung wollte ich denn jetzt? Das heißt, hier kommt Weiß Also, naja So Jetzt müssen wir mal gucken, um die Ecke gehen, ne? Rein Täterätisch gesehen müsste man doch Hier käme ja jetzt Hier käme ja jetzt Blau So Hier wäre Prismarin Dann machen wir hier den Ton schon mal wieder rum Das War schon mal Oh, Steffi, hier kommt's hin Yo Geil Das ist gut So Wenn man jetzt die Linie nimmt Müsste ich hier Nee Das war falsch Heißt, hier wäre ja wieder Hä Was mache ich denn? Hier würde es so sein Genau Und hier müsste eigentlich ein Glowstone hin Ist die Frage Mache ich da einen hin? Oder ist das dann zu viel Glowstone? Vielleicht da gar nicht Weil das ist ja das mit das Allerheiligste Also zu viel Glowstone kann es das geben? Da würde ich jetzt Da würde ich jetzt echt Vielleicht Da ein Glowstone hinsetzen Weil's halt passt Aber ist das nicht zu viel? Das wären Ja, ja, okay Das wären Ja, ja, okay, das wären eins, zwei Das wären vier innerhalb von fünf Blöcken Können wir ja immer noch machen Hier Oder du machst hier einen Ja gut, das kann man immer noch gucken Wie das aussieht Genau Ja Lassen wir erstmal So, dann kommt hier jetzt Blöden Erstmal Grau hin So, und hier wäre wieder Prismain Und da auch wieder Grau drum Oh, wir müssen aufpassen Anja, das geht hier noch Ja, ja, mit dem Die Abstände Wir müssen mal gucken Wie haben wir denn vorne angefangen Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Oh, das hasse ich Ja, machen wir später, denke ich Aha, dann brauche ich da Platten Und sind die denn Alle auf einer Ebene So Das machen wir erstmal Grau hin Damit das nicht Genau Als so kacke aussieht Also, dass wir da einen Abschluss haben Ja Hier käme jetzt Theoretisch, praktisch Ich muss nochmal Grau holen Brauchst du auch noch Grau? Schätzchen Warte mal Bitte Dankeschön So Was war das jetzt? Hier Also hier würde jetzt Hier auch reinkommen Dann hätten wir So richtig, oder? Oder bin ich jetzt wieder verkehrt? So 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 Verkehrt Hier Ja, logisch verkehrt Kommt der So Sammel, 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 sammel Prismarine Und hier in irgendeiner Kiste Glowstones drin? Ne Ne Habt ihr die alle? Ja Brauchst du welche? Wenn ich jetzt diese Gewölbe baue Da kommt immer in die Mitte einer rein Oder ist das eine Lampe? Ne Ist Closedone Closedone Das jetzt Weil hier müssen ja wieder Wie auf der anderen Seite Die Redstone Fackeln rein Ne Die Redstone In die Mitte Achso Da oben in die Mitte So wie hier Oben in der Mitte Ne Hier müssen auch noch die Aber so viele brauche ich gar nicht Weil Ich glaube nicht, dass ich jetzt 17 Gewölbe schaffe Ne Kann ich mir nicht vorstellen, meine Gutste Ja Ja Mensch Was ist das denn für eine Arbeitsanstellung hier? Schwache Leistung Ja Bei Minecraft kann ich mir das leisten Auf Arbeit natürlich nicht Aber hier schon Und das genieße ich dann so richtig Puh Okay, warte Hier ist glaube ich Hier ist glaube ich gerade falsch Oder Hier ist es falsch Hier ist es falsch Das hier ist nicht richtig Ja Da ist was falsch Warte mal Hier ist eine Blume Ich gehe jetzt mal von Oder gehen wir mal von weiter weg Hier ist eine Blume Hier Das hier ist nicht richtig So Das heißt Das hier ist ja auch nicht richtig So Das ist die halbe Primel da wieder Das heißt Hier kommt dann wieder blau Da kommt grau So Das ist blau Ne So Dann kommt hier wieder Prismarin Grau Das ist auch grau So So Dann haben wir hier wieder Kommt hier jetzt aber wieder blau Oder nicht Ach Hier kommt jetzt wieder blau Blau Hier haben wir grau Genau Hier ist wieder blau So So Dann kommt da jetzt wieder So Prismarin Richtig Brauchst du noch Prismarin Also ich muss holen Ich habe noch 7 Und ein 64er Stack Ich kann dir noch was abgeben Ähm ich hole mal Dann haben wir ein bisschen was Oder Ja Und noch ist ja da Aber blau Blau gefärbten Ton Haben wir nicht mehr Na Habe ich nur noch 4 Stück Ich habe nur noch 1 Und den verballer ich jetzt hier Herrlich So Nein Und das hier ist Prismarin Was geht denn da draußen Bei mir ab Komm hier machen wir jetzt grau hin Ein blau Böppel Sparen wir uns da Hm Ich sag den einen blauen hier sparen wir uns Na Muss ja nicht unnötig So 2 habe ich Noch Fangen wir nach Nach lapis Ja ein bisschen Ich glaube 28 Stück oder sowas Okay Ich hole mal ne Ja So Ist da ein bisschen gebrannter Ton drin Ja habe ich doch gesagt Aber nur ein bisschen Aber wirklich nur ein kleines bisschen Ein kleines bisschen habe ich mitgebracht Oder haben wir mitgebracht Genau Nom 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 Lapis ist da Oh das stimmt schon mal Äh Pok 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 Ich komme mit Rohstoffen wieder Supi Oh ich muss mich nur strecken Ja das ist immer gut Ich muss gleich mal was essen Ich habe noch gar nichts zu Abend gegessen Du hast noch kein Abendbrot gegessen Nee Was denn bei dir Lumaus Ja ich habe fast zwei Stunden da dran gesessen Und das irgendwie hier alles einzurichten Oh Gott Das isse so So Tabo stehenbleiben Ich stehe Flöp 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 So So Hier kommt wieder Dann wird hier jetzt Blau kommen Es ist Dass du dann vorst Wasser Ich Vielen Dank.